Hallo Leute zusammen und schön, dass ihr dabei seid zu einer weiteren Folge von Star Wars Battlefront. Wir zocken heute hier... ...Ruiden-Alarm. Wir heißt... ...Legio und ich. Hallo Legio. Guten Tag. Wir hatten auch gerade schon ein schönes Thema gehabt, ne? Was? Hatten wir? Ja, DLC von Battlefield. Übrigens kommt da gerade einer. Nee, klar. Ah nein, nicht rein. Ja, ich freue mich heute ziemlich drauf, weil ich halt ganz so bin. Ich bin gespannt. Ich bin in letzter Zeit sowieso nicht so hyped vom Battlefield. Ich auch nicht. Aber das kann sich ja noch ändern. Aber dieses Einzige war so ein freies Hals. Aber ich habe nicht Bock mehr. Auch die zweite Hälfte... Oh, ich bin da. ...eine Heimat zu spielen. Wart mal. Hinten. Wow, wir haben alle Drogen. Ja, aber gut. Ja. Was ist das da? Ja, ich habe einen. Ich frack dich schon mal an für dich. Oh, der ist auch gleich down. Da ist noch einer. Ja, pass auf. Ja, ich seh's. Oh, der ist gleich down. Hab ihn. Da hast du wieder alle Drogen. Ja, ja. Achtung. Hab einen. Erst mal schön anfracken. Okay, hat die Stinger-Pistole zugeschlagen. Ah! Der hinter ihm. Hab ich bemerkt. Dann hat er sich umgedreht. Nee, sieh's. Er gesniped. Oh, fuck. Bin in den Feuer reingesprungen. Oh! Oh, das ist ja... ...ne Miene. Na ja, wenn man angehlt... ...ir fragt nicht so farb, ob ich mich rüberkomme. Na ja, die Droiden unter Kontrolle verteidigt. Ich habe jetzt schon gleich gewonnen, ey. What the fuck. Ja. Ich hab schon keinen Krieg. Da haben die schon ziemlich guten Spieler bei sich im Team. Ja, komm, das heißt, er macht das schon krass. Ja, besser als nichts. Ich kann euch die nächste Runde machen. Ja. Auch geil. Liege gleich mal auf Platz 1. Wichtigster Spieler hier. Wohl eher nicht. Wohl nicht mal. Na ja. Leute, wie auch schon letzte Folge noch mal zu erwähnen. Wir akutieren gerade für unseren 41st Legion Clan, wenn ihr Bock habt, mitzumachen. Denkt daran, unten in der Beschreibung ist ein Formular. Schickt darauf. Meldet euch an und los geht's. Denkt daran, ja. Ach ja, ich habe echt ewig nicht mehr Battlefield gespielt, Legio. Battlefield? Schon zwei Monate, drei Monate her? Ich habe heute gespielt, zumindest mal. Seit Ewigkeit. Ne? Ne, ich bin im Moment ein bisschen aktiver. Battlefield, damit ich noch für das Franzosen, die jetzt hier ein bisschen aufstehe. Level. Aber... Ach stimmt, ja. Wann kommt das raus? Nächste Woche? Ey, gute Frage. Ich glaube, irgendein... Nächste Woche? Ja, glaube ich. Übernächste Woche oder nächste Woche. Ich fand ja diesen neuen Modus, den sie da vorgestellt haben, ganz gut. Und ich frage mich auf das Biki Muff. Das wird geil. Auf das was? Biki Muff. Das neue. Ach, das ist ja ein Panzer, wenn man aussuchen kann. Ja, so ein richtig großer Panzer. Bin ich mal gespannt. So. Jetzt bin ich mal gespannt, wie sich das hier mit der Waffe spielt. Die Edel, 44. Habe ich lange nicht mehr gespielt, ja. Und das kommen wir nicht mit Berserker. Müsste eigentlich ziemlich tödlich sein. Ich habe meine Schwierigkeit mit den Waffen, wo man immer jeden Schuss Einzelt machen muss. Das war mir nie wirklich gut. Oh, draußen bei A sind sie schon. So, den ersten Köln habe ich auch schon. Ihr habt jetzt halt neun. Das gegeneinische Team ist ja noch gar nicht da. Jetzt mal angreifen, drei Spieler sind hier. Ja, die müssen in die Höhle. Hier, das ist ja noch nicht. Hö, hö. Na, knapp. Oh, die kommen jetzt von draußen wieder alle hier. Ja, ich muss mich wieder auskennen. Bitter. Nix. Wir gewinnen. Feig doch. He, he. Der ist ja schon wieder vorne, ey. Was ist hier los? Übrigens, ne gute Kombinationsdinger, Pistol und die E-44. Merkt ich gerade. Und da, scheiße, da war ein Droide. Wir haben irgendwie die Battle verloren. Böser Droide. Nebenein schlagen sich diese Runde besser. Ja. Ein Droide. Boah, ich hatte gar keine Chance. Dieser Blumen-Effekt ist beim Spiel echt kacke. Kannst du ja auch nichts sehen. Oh, ich bin schwer, der Höhle gespawnt. So eine Scheiße aber auch. Ich bin ja auch echt gespannt, wie Battle von 2 wird. Ja. Das hört mich ja auch mega. Nimm C. Und danach geht sie zu B, wir nehmen A. So, draußen hat sich was? Ne, doch nicht. So, jetzt haben sie B. Ne, ich hab sie. Cool. Na lol. Jetzt kommen sie bei mir hier gleich. Holt euch die restlichen Energie drohen. Das ist so, wenn ich neben gehabt habe, dass sie Stima-Pistole ausgereicht hat. Ist das nice. Aua. Dann Schöpfe gemacht. Okay. Und so. Und Längelstufe 3. Nice. Nein, nein, nein. Oh nein. Fast tot. Ich hab überlebt. Hinter uns kommen sie über uns gerade. Ja, da spawnen sie sogar. Aber ein. Der andere ist angefragt. Aber. Der ist gleich down. Bei dir ist noch einer. Oh, ne, ist unten in der Höhle. Oh ne. Ist unten in der Höhle-Sonne. Oh nein. Oh nein. Ah, Stima-Pistole für den Wunsch. Für den Wunsch. Für den Wunsch. Oh nein. Ja, knapp. Wow, hinter uns. Nein, vor uns. Warte, ne. Da hat der vor uns aber verdammt gut geschossen. Wir haben alle Droiden gesichert. Bringen wir die Sache. Yeah. Oh, wir haben C verloren. Kommt rein. Naja. Ich halt draußen A. Oh, fuck. Hab ich danach verhämt. Nein. Was? So bitter. Die Entscheidung ist schon verkackt. Nice. Der ist angehettet. Der wird gleich sterben. Wow. War der geil. War der geil. Die haben übrigens die Slinger-Fistole noch mal gebufft. Die machen jetzt mehr Schaden pro Schuss. Ja, ja. Warum? Die Rebellen haben meine Droiden erbeutelt. Verstärkt eure Bemühungen. Manu. Ich wollte denen da nicht sterben. Dankeschön. Was? Dankeschön. Bist du in der Ruhe. Achtung, hinter die Spot übrigens einer. Und vor mir sind drei. Oh, der ist tot. Jetzt sitzt die gerade beim Droiden. Der ist so dumm, den dringend die Rakete abzuschießen. Das ist angehettet übrigens da, ja? Mhm. Ja. Nichts tot. Übrigens kommt hier ja einer. Ach, da fehlt. Oh, oh, oh. Äh, X-Ping ist da gerade. Achso, da. Ist down. Jetzt kommen sie oben rum. Oh ja, mein Mann. Ja, ich würde sagen, war es das schon für heute gefallen. Ich hoffe, ihr habt es gefallen. Schreibt euch mal dazu in die Kommentare. Droid-Fan ist ja für bekanntlich ein bisschen kürzer. Wir sehen uns dann bei der nächsten Folge wieder von Star Wars Battle. Wenn ihr meinen Mutti-Wunsch habt, schreibt es mal auch rein. Vielleicht filmt ihr mal irgendwas Geiles oder unten Loaded-Vorstellung auch cool. Und wenn ihr Bock habt, mitzumachen, denkt daran, den Plan könnt ihr ganz einfach beitreten. Nehmt einfach unten das Formular ausfüllt in der Videobeschreibung. Wir rekrutieren sogar gerade ab 16 Jahren. Also auch ein paar Jüngere dürfen mitmachen. Wir sehen uns dann bei der nächsten Folge wieder von Star Wars Battlefront. In dem Sinne, ciao. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.